So, willkommen zurück zu unserem neuen Video und dies wird ein Infovideo über die Zukunft von Skylandernets. Ihr habt gesehen, wir haben schon den Namen geändert. Es wird sich also in nächster Zeit hier was tun. Wir werden nicht nur noch Skylander machen hier, wir werden ein bisschen mehr machen. Wir werden andere Spiele uns vornehmen, wir werden uns um andere Sachen kümmern und das möchten wir euch einfach jetzt in diesem Infovideo einmal kurz vorstellen, was wir vorhaben. Und was auch in nächster Zeit auf diesen Kanal alles kommen wird. Ihr könnt also gespannt sein, was wir so im Hinterkopf haben und was wir hier planen. Und das stellen wir euch jetzt einmal ganz ganz kurz und wie ihr es immer von uns kennt, ganz schnell und knapp vor. So, habt Spaß. So, und den Anfang macht natürlich auch diesen Kanal, das Gaming. Wir bleiben natürlich Skylander und Disney Infinity treu. Das werdet ihr auch weiter hier sehen, aber auch noch andere Spiele. So, eine neue Rubrik kommt dazu und das ist die Freizeitpark-Rubrik. Genau, durch unsere vielen Besuche gibt es viele Fotos und Videos, die gibt es hier. So, des Weiteren haben wir auch eine Fotografie-Ecke, in der ihr Bilder aus zum Beispiel Tierparks oder Naturaufnahmen sehen werdet. Also, habt Spaß. Und weiter geht's. Ja, das geht hier Schlag auf Schlag. Auch die Kirmes wird hier einen Bereich kriegen mit Bildern und Videos. Wir stellen Attraktionen vor hier. Jo, und dann natürlich noch Unboxing, Modding und eine neue Rubrik. Ja, so ein bisschen Basteln und Reisen. Ja, ich hoffe, es gefällt euch, was wir uns so ausgedacht haben für diesen Kanal. Den Anfang wird dann wohl zum Wochenende die neue Attraktionen aus dem Hansapark machen. Ein richtiger Hypercoaster, es wird Canon gezeigt. Also, wir machen in der Woche Bilder und Videoaufnahmen natürlich. Und das wird wohl der Anfang sein. Also, macht den Daumen hoch und habt Spaß bei uns. Wir sehen uns und ciao.